Und jetzt, Marktschek fragt Möller. Thema heute, Ärger mit Ämtern. Was tun, wenn die staatliche Förderung für die Heizung genehmigt ist, aber das Geld nicht kommt? Wenn die Gemeinde ewig einen Bauantrag liegen lässt oder Schlaglöcher nicht repariert? Unser Experte sagt, was Sache ist. Schönen guten Abend, Herr Möller. Frau Wendemann, schönen guten Abend. Da erfasst einen ja so ein Gefühl von Machtlosigkeit. Wenn man mit einer Behörde in Kontakt ist und man kommt da einfach nicht weiter. Man kann ja nicht einfach zur Konkurrenz gehen. Es gibt ja keine. Ja, das ist wohl wahr. Das ist natürlich auch sicher durch Corona bedingt, dass man im Augenblick so ein bisschen warten muss. Aber wenn jemand weiß, dass sein Pass abläuft in zwei Monaten, dann sollte er sich auch bemühen und nicht 14 Tage vorher gehen und sagen, jetzt muss es aber schnell gehen. Das hält sich so die Waage. Aber die Machtlosigkeit ist ein bisschen da. Da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Ja, und manchmal kann man ja auch was tun. Da werden Sie uns gleich noch aufklären. Wenn man Pech hat, rennt man ja nicht nur der Behörde oder dem Amt hinterher, sondern möglicherweise auch noch seinem Geld. Für Dorothee Gerst war es allerhöchste Zeit. Im vergangenen Jahr musste sie eine neue Heizung in ihr Haus im rheinland-pfälzischen Dahn einbauen lassen. Eine große finanzielle Belastung. Wir hatten das Problem, dass im Sommer vergangenen Jahres die Heizung, die alte Heizung kaputt gegangen ist. Und da wir mit meiner 80-jährigen Mutter zusammen im Haus leben, wollten wir definitiv nicht über Winter im Kalten sitzen. Und hier mitten im Pfälzer Wald kamen für uns nur erneuerbare Energien in Frage in Form einer Pellet-Heizung. 34.000 Euro kostet diese neue Heizung. Weil sie von Öl auf Pellets umsteigt, fördert der Staat den Umbau mit 45 Prozent der Kosten. Immerhin 15.300 Euro. Nur so kann Dorothee Gerst das stemmen. Wir haben im August vergangenen Jahres den Förderantrag gestellt, konnten dann auch bereits im November die Heizung einbauen lassen und haben im Dezember vergangenen Jahres schon den Bewilligungsbescheid über die 15.000 Euro erhalten. Wir waren an guter Dinge, dass alles gut wird. Nach dem Einbau der Heizung überweist sie den kompletten Rechnungsbetrag von 34.000 Euro an ihren Handwerker. Überzieht dafür ihr Girokonto. Doch obwohl sie alle Unterlagen an das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, kurz BAFA, geschickt hat, wartet sie elf Monate nach dem Bewilligungsbescheid immer noch auf ihr Geld. Wir haben ein großes Problem damit. Wir sind ja in Vorleistung getreten mit den 15.000 Euro. Und die fehlen uns jetzt an allen Ecken und Enden. Wir haben uns darauf verlassen, dass nach dem Zuwendungsbescheid aus dem Dezember auch dann zeitnah die Fördersumme ausbezahlt wird. Und es ist bis heute nichts passiert. Monat für Monat zahlt sie Überziehungszinsen bis jetzt bereits mehrere hundert Euro. Deshalb schreibt sie immer wieder Mails und ruft beim BAFA an. Erfolglos. Wir bitten um Verständnis, dass wir Ihren Anruf nicht entgegennehmen können. Bitte rufen Sie zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal an. Auf Wiedersehen. Und so ist das immer. Immer. Man spricht nur mit dem Computer. Wie Dorothee Gerst geht es derzeit zahlreichen Bürgerinnen und Bürgern, die in den vergangenen Monaten einen Förderantrag beim BAFA gestellt haben. Sie warten entweder auf eine Entscheidung oder auf ihr Geld. Wir sprechen mit Jürgen Leppich vom Energieberaterverband GIH. Er hat eine Untersuchung durchgeführt, in der er die Bearbeitungsdauer der Anträge beim BAFA analysiert hat. Die Erkenntnisse erschreckend. Beim Monitoring kam raus, dass in etwa die Bearbeitungszeiten so teilweise bis zu 50 Tagen gehen. Manchmal geht es ein bisschen schneller, manchmal dauert es ein bisschen länger. Und wenn man in die Zukunft schaut, dann wird es so sein, dass die Bearbeitungszeiten signifikant länger werden, weil das BAFA innerhalb von 14 Tagen im August so viele Anträge bekommen hat wie sonst in einem ganzen Jahr. Da ist von vielen Monaten auszugehen in Zukunft. Wir fragen beim BAFA an. Wie kann es sein, dass so viele Bürger so lange auf ihre Zuschüsse warten müssen? Die Behörde antwortet uns. Das BAFA hat in den vergangenen Monaten bereits zahlreiche Schritte unternommen, um die Bearbeitung zu beschleunigen. Jedoch stellen die unerwartet hohen Antragszahlen in den letzten Monaten auch für eingespielte Prozesse eine Herausforderung dar, sodass die Antragsteller mit längeren Bearbeitungszeiten rechnen müssen. Jürgen Leppich sieht v.a. die mangelhafte Digitalisierung beim BAFA als Problem. Die kleinen Beträge, die er in der Förderung ausschüttet, die werden heute noch händisch bearbeitet. Das ist so ein bisschen in Zeiten, wo jeder über Digitalisierung redet, so ein bisschen Anachronismus. Also wir müssten da endlich mal Fahrt aufnehmen, was Digitalisierung angeht, was Bürgerfreundlichkeit angeht. Wann Dorothee Gerst mit ihrem Geld rechnen kann, schreibt uns das BAFA nicht. Sie kann nicht verstehen, dass der Staat sie so lange warten lässt. Ehrlich gesagt bin ich stinksauer auf die Behörde, weil ich zahle meine Steuern auch pünktlich. Und die Behörde lässt sich Monate Zeit, reagiert nicht und lässt die Leute im Regen stehen. Einziger Lichtblick, wenigstens wird sie mit ihrer neuen Heizung und einem vollen Pelletspeicher warm durch den Winter kommen. Ja, und es gibt gute Nachrichten. Kurz nach unseren Dreharbeiten hat das BAFA die 15.300 Euro tatsächlich überwiesen. Frau Gerst ist natürlich überglücklich. Happy End in dem Fall. Aber, Herr Möller, unzählige andere warten noch auf ihr Geld. Was kann man denn da tun, außer Mail schreiben und anrufen und ewig in so einer Warteschleife hängen? Also wir müssen zwei Dinge unterscheiden. Hier war es ja so, sie hat den positiven Feststellungsbescheid bekommen. Ab da müsste eigentlich die Kasse klingeln bei ihr. Da muss man aber sagen, wenn der Bescheid da ist, muss man noch vier Wochen warten, bis dieser Bescheid bestandskräftig wird. Denn dem BAFA könnte ja noch einfallen nach 14 Tagen. Oh, wir haben da eine Null zu viel reingemacht. Also dann ist er wirklich, und dann müsste es so 14 Tage, drei Wochen dauern bei unserer Technik und eigentlich, dass sie ihr Geld bekommt. Wenn sie das nicht bekommt, das war ja hier so, was mache ich? Anrufen, wir haben es gesehen, nichts zu machen. Dann würde ich mich hinsetzen, einen Brief mit Rückschein schreiben, auf die Dringlichkeit nicht nur meines Antrags, sondern der Geldzahlung hinweisen und auch sagen, ich muss, da ich das Geld von Ihnen noch nicht bekomme, möglicherweise einen Kredit aufnehmen, der kostet mich Geld und dieses Geld werde ich von Ihnen zurückverlangen, möglicherweise mit einer Klage. Und dann, bin ich ganz sicher, reagiert das Amt sehr schnell. Kann ich denn das Amt oder muss ich das Amt dann sozusagen in Verzug setzen, um später auch diese Forderung durchsetzen zu können? Ja, das wäre etwas, was ich unbedingt mit reinnehmen würde. Ich würde sagen, ich will innerhalb der nächsten 14 Tage möglichst das Datum mit angeben oder vier Wochen, wenn man großzügiger ist, auch mit dem Datum, das Geld auf meinem Konto haben. Wenn nicht, werde ich tatsächlich da möglicherweise klagemäßig gegen vorgehen. Und ich bin ganz sicher, dass das Amt dann reagiert. Denn das sind Kosten, die auf das Amt zukämen, die die sich ersparen wollen. Also dann müssten die mir möglicherweise auch die Zinsen erstatten, wenn ich die in Verzug gesetzt habe. Ja, natürlich. Das könnte tatsächlich auf eine Amtspflichtverletzung herlaufen. Hier hat es elf Monate gedauert. Da habe ich den Eindruck, das geht nah an eine Amtspflichtverletzung ran schon. Ja, zumal es Frau Gerste auch wirklich viel Geld gekostet hat. Manchmal muss man sagen, klappt ja schon der Schritt davor nicht. Der Antrag selber braucht ewig. Da haben wir eine Zuschrift zu von Felix Wiedemann aus Sonnheim-Brenz. Bei seinem Bauantrag ist es so lange hin und her gegangen, dass die geplante Förderung es mittlerweile nicht mehr gibt. Und durch diese gestiegenen Zinsen und die hohen Baukosten kann er sich den Bau mittlerweile auch nicht mehr leisten. Was kann man machen, wenn einem die Zeit wegläuft, jetzt gerade vor dem Hintergrund der steigenden Zinsen? Man muss wissen, wenn ich einen Antrag gestellt habe und dann bereits mit der Maßnahme beginne, mache ich das auf eigene Kosten, auf eigenes Risiko. Denn ich weiß ja gar nicht, ob der Antrag bewilligt wird. Also das ist ganz wichtig. Hier wurde ja auch angefangen, aber das ist glücklich ausgegangen. Dann mache ich es auf eigenes Risiko. Man muss etwa in der Zeit, etwa im Augenblick zwischen drei bis sechs Monate, meistens etwa sechs Monate rechnen. Und dann muss ein Antrag bearbeitet sein. Denn dann habe ich als Bürger die Möglichkeit, wenn der da bis dahin nicht beschieden ist, mit einer Untätigkeitsklage gegen das Amt vorzugehen. Das ist etwas, das kann man nicht so als Laie machen. Da würde ich mich dann mit einem Anwalt beraten. Aber dann kann man gegen die Behörde vorgehen. Und dann wird sie in der Regel auch dann verurteilt, wenn sie nicht nachweisen kann, dass sie mehr Zeit braucht. Aber sie müsste dem Bürger mitteilen, dass sie sagt, wir kommen aufgrund der vielen Anträge nicht dazu, in der Zeit, die eigentlich vorgegeben ist, den Antrag zu bearbeiten. Das muss auch geschehen. Also ich kann da Druck machen, wenn mir die Zeit wegrennt, sei es wegen Kosten oder steigender Zinsen. Ja, wenn der Staat oder Länder und Gemeinden sich nicht an ihre Pflichten halten, dann müssen sie also durchaus auch mal haften. Aber wie ist es, wenn der Fehler schon im Gesetz steckt? Gesetze und Verordnungen schaffen Sicherheit. Deshalb sollten sie handwerklich erst rein und juristisch unangreifbar sein. Doch was, wenn durch fehlerhafte Gesetze Bürger die Leidtragenden sind? So mussten trotz Mietpreisbremse viele Mieter zu viel zahlen, weil die Verordnung ihres Bundeslandes dazu wegen Fehlern ungültig war. Mit unserer Justitia sind wir in der malerischen Heidelberger Altstadt unterwegs. Vor der Heiliggeistkirche fragen wir Passanten. Haftet der Staat, wenn durch ein fehlerhaftes Gesetz den Bürgern ein Schaden entsteht? Ich denke, der Staat kann haftbar gemacht werden, aus dem einfachen Grund, weil er hier etwas, was formal er hätte leisten müssen, nicht geleistet hat. Nein, also ich glaube, dass diese Klagen nicht durchgegangen sind, weil der Staat bestimmt auch einfach gute Anwälte hat. Also wie gesagt, ich würde es mir wünschen, wenn das zugunsten des Bürgers ausgehen würde. Und das wäre meine Meinung, dass der Bürger natürlich sich darauf erlassen können muss, dass Gesetze oder Regelungen und Normen so erlassen werden, dass sie korrekt sind. Und wenn das nicht der Fall, muss er das natürlich auch einklagen können. So verstehe ich zumindest den Rechtsstaat. Also umgekehrt muss ich doch auch haften für Schäden, die ich verursache. Also sehe ich das auch so, dass der Staat dafür haften muss. Man kann den Staat nicht für alles haftbar machen. Wenn die für alles haften, dann machen wir Pleite. Vielleicht muss man erst denken, bevor man wirklich ein Gesetz rausgibt. Ergebnis, in Heidelberg sagen sechs von zehn Passanten ja. Der Staat haftet, wenn durch ein fehlerhaftes Gesetz den Bürgern ein Schaden entsteht. Was sagen Sie, Herr Möller, haftet der Staat? Ja, ich schließe mich da wirklich der letzten Passantin an. Die hat das an, die finde ich sehr gut formuliert. Nein, er haftet nicht. Das ist eine Grundsatzentscheidung, die der Bundesgerichtshof schon 2019 gefällt hat. Und hat gesagt, fehlerhafte Gesetze, dafür haftet der Staat nicht. Weil Gesetze normalerweise für die Allgemeinheit gemacht werden. Und da kann nicht der Einzelne sagen, so, jetzt will ich Geld zurück. Ein typisches Beispiel war, und das war der Grund, die Mietpreisbremse. Die ging in Hessen, die hätte begründet werden müssen. Das hatte der Staat vergessen. Und darum war dieses Gesetz fehlerhaft. Und der Mieter hat gesagt, ich will aber 200 Euro jetzt jedenfalls, muss ich die mehr bezahlen, die will ich zurückhaben. Nein, hat der Bundesgerichtshof gesagt, die bekommst du nicht zurück. Ist ja schon hart. Wie sah es bei den Corona-Verordnungen aus? Da muss ja auch einiges zurückgenommen werden. Das ist sehr gut. Das ist ein typisches Beispiel. Da waren ja auch einige Verordnungen fehlerhaft. Und da hat der Staat aber nachgedacht. Hat gesagt, hm, vielleicht impfen sich da nicht so viele, weil die sagen, wenn das fehlerhaft kriege ich ja, wenn was passiert, ist keine Haftung. Da hat der Staat dann die Haftung selber übernommen. Hat gesagt, aus politischen Gründen, wenn was passiert, haften wir. Bei Impfschäden? Ja, bei Impfschäden. Egal, ob das Gesetz richtig oder falsch ist, wir haften auf jeden Fall für diese Impfschäden. Das heißt, der Staat kann aus politischen Gründen dann selber eine Verantwortung übernehmen. Der ist praktisch für den Einzelfall hier gemacht. Genau. Aber grundsätzlich haftet der Staat nicht für fehlerhafte Gesetze. Das ist wichtig. Zum Wissen für fehlerhafte Gesetze in der Tat noch mal zu wiederholen, haftet der Staat nicht. Das finde ich ja schon. Also erstaunlich auf jeden Fall. Wir alle müssen ja für Schäden haften, für die wir verantwortlich sind. Auch wenn jemand vor unserer Tür ausrutscht zum Beispiel, weil nicht geräumt ist. Wie sieht es da in diesem Fall bei Staatsstätten und Gemeinden aus? Sonja ist auf dem Weg zum Einkaufen. Es ist ein Frühlingstag. Gut gelaunt geht sie den Bürgersteig entlang. Bis sie auf einmal den Boden unter den Füßen verliert. Der Deckel eines Kanalschachtes gibt unter ihr nach und kippt. Ein Bein verschwindet tief in dem Schacht. Vor Schmerz und Schreck schreit sie laut auf. Ein Anwohner eilt hinzu und hilft ihr. Die Verletzung ist so schwer, dass sie ins Krankenhaus muss. Sonja hat sich einen komplizierten Beinbruch zugezogen und wird bleibende Schäden behalten. Sie ist sauer. Die Halterung des Schachtdeckels war total verrostet und dafür ist die Gemeinde zuständig. Sonja will Schaden ersetzen. Aber die Gemeinde weigert sich zu zahlen. Sonja hätte die Schachtabdeckung gar nicht betreten sollen, denn dafür sei diese nicht gedacht. Außerdem müsse ein Dritter den Schachtdeckel aus der Halterung gehoben haben. Das sei dann höhere Gewalt. Die Gemeinde müsse daher nicht haften. Der Fall geht vor Gericht. Und das Oberlandesgericht gibt Sonja recht. Eine Bürgerin dürfe sehr wohl erwarten, dass sie einen Schachtdeckel auf einem Bürgersteig gefahrlos betreten kann. Und dass Dritte den Deckel manipuliert hätten, müsse die Gemeinde beweisen, was sie aber nicht getan hätte. Also haftet die Gemeinde für die Folgen des Unfalls und muss auch die Gerichtskosten bezahlen. Herr Müller, gilt das generell, wenn Wege nicht in dem Zustand sind, den ich erwarten darf, öffentliche Wege, dass die Gemeinde dann haften müssen? Das ist natürlich eine subjektive Sache. Aber in der Tat, die Gemeinde und der Staat muss die öffentlichen Wege so instand setzen, dass keiner zu Schaden kommt. Das ist eine einfach schlichte Formel, die auch die Gerichte anwenden. Da haben wir jetzt das Herbstlaub überall rumliegen. Wie oft muss das entfernt werden? Da kommt man mit dem Wind manchmal auch nicht hinterher. Aber das schafft dann auch die Stadt nicht. Es ist schon erstaunlich, wie viel Urteil es zum Herbstlaub gibt, muss ich sagen. Und zwar sehr unterschiedliche. Die Gerichte gucken da schon auf die Einzelfälle. Und sie sagen, auch da muss der Staat natürlich dafür sorgen, dass man nicht aussucht auf so Glitsch im Laub. Aber er ist nicht verpflichtet, alle zwei Tage zu kehren. Die einen Richter haben gesagt, sechs Tage etwa. Die anderen haben gesagt, nein, wenn Meerlaub fällt, muss auch häufiger tatsächlich gekehrt werden. Man kann so Pi mal Daumen sagen, und das sagen die Gerichte auch, was wirtschaftlich zumutbar ist. Das heißt, der Staat, die Gemeinden dürfen nicht wirtschaftlich überlastet werden. Aber sie müssen in der Tat gucken, dass keiner zu Schaden kommt. Okay. Ich muss wahrscheinlich auch ein bisschen aufpassen dann als Fußgänger. Das ist mir auch zuzumuten. Das sagen die Gerichte auch. Also nicht, wenn man stolpert, hinfällt. Da bleibt der Deutsche ja liegen und sagt, wer haftet dafür. Nein, nein, sagt der Gerichte. Da musst du auch schon mal aufstehen und gucken, ob du nicht selber gestolpert bist. Ja, okay. Wie sieht es bei Straßen aus? Da sind ja einige schon in sehr schlechtem Zustand. Wer haftet da? Ja, da haftet natürlich auch derjenige, der für die Straße verantwortlich ist. Entweder der Bund, das Land oder auch die Gemeinden. Und da kann es vorkommen, dass dann tatsächlich da häufiger kontrolliert werden muss, ob es da zum Beispiel bei Schlaglöchern, kleine Schlaglöcher werden, wir kennen das alle Schilder aufgestellt, aber wenn das 30 Zentimeter tief ist und da jemand seine Achse kaputt macht, dann haftet der Staat. Es gibt ja ein interessantes Urteil zu einer Bodenwelle, wo wirklich jemand zu Tode gekommen ist. Ja, in der Tat, auf der Autobahn. Und da ist die Besonderheit, das war schon moniert worden, das war schon angezeigt worden mit dieser Bodenwelle, weil vorher schon jemand da zu Schaden gekommen ist und dann jetzt wieder, und zwar sehr tragisch, tödlich verunglückt ist. Und da ist nicht nur der Staat schadensmäßig haftbar zu machen, sondern da muss man auch überlegen, ob es da nicht dann strafrechtliche Folgen hat für die Bediensteten, die dafür zuständig sind. Es war ein Ferrari, der zu schnell über diese Bodenwelle gefahren ist, oder der schnell über diese Bodenwelle gefahren ist, und da war der Staat in der Haftung, weil es dort keine Schilder gab. Richtig. Aber hier, auch das ist häufig bei solchen Fällen der Fall, die Richter haben genau hingeguckt, haben gesagt, auf der Autobahn ist Richtgeschwindigkeit 130, mit 200 bist du da über die Dinger gebrettert, und das ist zu schnell. Also gibt es eine Teilschuld. Herr Müller, danke schön, dass Sie uns hier aufgeklärt haben. Das war mal ein sehr interessanter Schwerpunkt, finde ich. Was kann ich machen, wenn die Behördenmühlen einfach zu langsam mahlen? Und wann ist der Staat haftbar zu machen? Das haben wir auch alles schriftlich auf swr.de-Marktcheck. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst gerne einen Daumen hoch und abonniert unseren Kanal, das geht hier. Und mehr von Marktcheck gibt es auch hier und hier. nachdem Ihr an dievez rigorous guys schriftbar ist so gut. da machen die Angelegenheiten, Und dann sehen wir dann aus dieser Geburt. Vielen Dank.